Das ist das größte Problem für Louis van Gaal bei der WM. Fünf hervorragende Innenverteidiger. Virgil van Dijk, FC Liverpool, Nathan Ake, Manchester City, Mathias Delit vom FC Bayern München, Stefan de Vrij von Inter Mailand und Jurien Timber von Ajax Amsterdam. Ein Luxusproblem für Louis van Gaal. Wenn er es nicht schafft, das gut moderiert zu bekommen, ist eine große Unzufriedenheit bei den Top-Innenverteidigern da. Und das kann sich vielleicht auf das Abwehrverhalten der Niederländer auswirken.